roter schilfstab ist das ein naja sie ist nur einfach blau hinterlegt ist kein artefakt die zwei können weg zepter kann weg zwei händer kann weg so die ganzen felle rüstung können weg das gehen oben können weg das ding kann weg die felle rüstung können wir auch alle weg tun oben werden wir mal einen guten gambas und behalten wir den brustharnisch bleibt wir auch mal von den ketten rüstungen leder rüstung die gardine plattenpanzer so hier kann der ganze normale schmarrn weg umhangen des schutzes können mal zwei weg schwache und zwei antimagische amulette hier möchte ich nichts weg geben hier können wir die stoßszene und fälle weg tun und hier will ich nichts ok handeln und tschüss das ding zu zagani die super ballest zu kanna weil wir immer noch keine gescheite flinte für ihn gekriegt haben also gescheite hakebuse so das heißt wir geben jetzt die kopfgelder ab nehmen die neuen kopfgelder anrasten ich weiß gerade gar nicht ich glaube es gab insgesamt drei drei sets an kopfgeldern hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht auf jeden fall haben wir jetzt wieder ein dickes plus an geld gemacht dadurch dass wir den ganzen scheiß verkauft haben die wir da so hatten entschuldigung den ganzen mist den wir da so hatten was wir ja lustigerweise nicht wirklich viel kriegen sind helme deswegen bleibt er immer noch ohne helm rum so 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 Gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Kriegshöblich Iklaq ist tot. Das dürfte das Talholz eine Weile lang sicher machen. Hier ist deine Belohnung. 2.250 Kupfer und jede Menge Erfahrung. Okay. Das ist noch was. Der gerissene Zirrl ist tot. Gute Arbeit, die neue Jünger werden sie bald feiern. Hier ist das Kopfgeld. Wieder 2.250 Kupferpunt. Und Erfahrungspunkt, ich habe den Bewohner entfernt. Zur Freude der Kaufleute nehme ich an. Hier ist das Geld, das sie geboten haben. Was gibt es für neue Kopfgelder? Ich habe ein paar neue Angebote. Mal sehen, was haben wir hier. Dieses Mal sind einige große Namen dabei. Darauf Grimold, der Vampir zum Beispiel. Und dieser Priester, hinter dem die schmerzigen Ritter her sind. Und es gibt ein Kopfgeld auf den grünen Tod. Der letzte Auftrag stammt von den Glavantanern bei Ibrelsbrunn. Sie wollen einem Plünderer das Handwerk legen. Erzähl mir von Darauf Grimold. Darauf Grimold ist ein Unruhestifter, der sich für einen Visionär hält. Sie haben schon einmal versucht, ihn zu töten, aber das war nicht von Dauer. Es hat dieser Vampir in den Katakomben unter dem Bezirk Kupferweg im Trutzbucht irgendeinen Kult gegründet. Der Palast des Drogs will, dass er entfernt wird. Dauerhaft. Was hat es mit diesem Priester auf sich? Vor offen, der hohe Priester des ersplitterten Gottes, schändet dem ganzen Dürrwald Grabstätten. Wir wissen nicht, wonach er sucht, aber er und seine Männer haben einen Trupp schmerztige Ritter getötet, die ihn aufhalten sollten. Und jetzt fordern die Ritter seinen Kopf. Er wurde zuletzt in Esternwald gesehen. Was ist der grüne Tod? Einem Alchemist im Gnadenteil wie den Kopf von Glazidal, dem Troll, auch bekannt als der grüne Tod. Der Bursche sagte nicht, was er damit vorhat, nur dass er sehr gut dafür zahlt. Wenn du Interesse hast, solltest du in Le Aremen nach Glazidal suchen. Hinter wem sind die Glavantaner her? Lidschmidin Roska, eine Sängerin aus Norweich. Sie und ihre Komplizen haben irgendwie teilweise Urin geplündert und die Glavantaner von Ibrilsbun wollen, dass sie für ihre Verbrechen bezahlt. Und sie bezahlen uns dafür. Roska hat ihr Lager außerhalb von Kliaban Rillac aufgeschlagen. Dann lebt wohl. Ja, ihr mehrere Level-Ups. Piratenbeute hinzugefügt. Quest läuft in drei Tagen ab. Kopfgeld abgeschlossen. Steuern. Ging an Banditen verloren und so viel wurde eingetrieben. Okay. Der Bewohner abgeschlossen. Okay. Darauf Grimauld. Neues Kopfgeld. Neue Aufgabe. Kopfgeld hoffen. Glastial. Und Leechminen Roska. Also. Wir haben hier Iveras Taucherhelm. Erfahrung und so weiter. Lesen wir erstmal, wo es geht. Ein Handelsschiff aus Rauerteil wurde vor der Ostküste von Receras von den dierischen Piraten versenkt. Bevor das Schiff in den Wellen verschwand, kamen die Piraten mit unzähligen wertvollen Schätzen. Darunter befanden sich auch experimentell Beseelerwerkzeuge und nautische Geräte, die nach Trotsbucht und Spirento geliefert werden sollen. Die besorgten Empfänger dieser Fracht suchen diskret nach Hilfe bei der Wiederbeschaffung, bevor die Piraten erfahren, wie wertvoll ihre Beute ist. Dann los, Pallegina, für sowas bist du doch bestimmt. So, Geld haben wir gekriegt. Dann gucken wir mal die Kopfgelder. Ich habe das Kopfgeld für den Bewohner eingefordert. Ich habe das Kopfgeld für Iklak eingefordert. Und ich habe das Kopfgeld für Sirdl eingefordert. So, wir haben neue Kopfgelder. Deotasische Priester Torfen sorgt im Esternwald für Ärger, weshalb ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Torfen, ein Hohepriester von Eotas, hat Grabsteine geständet und dann die Schmelztigariter getötet, die seinem Treiben ein Ende bereiten sollten. Auf seinem Kopf wurde eine Belohnung ausgesetzt. Wenn ich in den Estern weiterreise und ihm das Handwerk lege, kann ich sie einfordern. Ich muss seinen Kopf als Beweis für seinen Tod an mich nehmen. Glastial, der Trollgastial, auch bekannt als der grüne Tod, schreift durch die Ruinen von Learemen in der Sturmwaldschlucht. Ein Archimist bietet eine stattliche Belohnung für seinen Kopf. Wenn ich den Krollgastial finden und besiegen kann, dann halte ich für seinen Kopf eine ordentliche Belohnung. Er wurde zuletzt bei den Ruinen von Learemen gesehen. Litschmidin Roska, die berüchtigte Sängerin aus Norovarech, wird gesucht, weil sie in die italischen Ruinen geblündert hat. Sie wurde zuletzt bei Cleabarn Rillac gesehen. Litschmidin Roska hat die Lage außerhalb von Cleabarn Rillac aufgeschlagen. Wenn ich dieses Kopfgeld fordern will, muss ich dorthin reisen, sie töten und ihren Kopf als Beweis ihres Todes zurückbringen. Darauf graumelt der Vampir-Schad in den Katakomben vom Kumpferweg Anhänger um sich. Der Palast des Dux wird, dass er entfernt wird. Darauf Grimmault hat den Tod schon einmal überlebt und führte den Katakomben unter dem Bezirk Kumpferweg in Todsburg ein Kult an. Ich soll ihn ein zweites Mal töten und diesmal seinen Kopf als Beweis mitnehmen. Also Esternwald und Cleabarn Rillac, das müsste doch beides in der anderen Richtung wieder liegen. Ne, das ist Sealand-Lis, aber ja, der Esternwald liegt da oben. Cleabarn Rillac ist hier drüben. Ja, das sind ein paar Kopfgelder, aber erstmal Level-Up. Neun Punkte, für Mechanik bräuchte ich zehn, also ja. Gebe ich mal was in Überleben. Unbelasteter Glaube brauche ich nicht unbedingt, ich bin bis jetzt ziemlich gut damit gerade gekommen. Seltsame Gnade, wenn ein Paladin einen Feind erhält, verbindet er in die Ausdauer, hm? Intensive Flammen. Ja, nehmen wir das. Wäre Schaden für intensive Flammen, was ich irgendwie viel zu selten benutze. Also das wäre eigentlich das hier, Flammen der Hingabe. So, Sagani ist als nächstes dran. Hm, Athletik. Treuer Gefährte. Oder gnadenloser Gefährte. Ne, nehmen wir treuer Gefährte. Außer wir hätten offensiv oder defensiv was. Jäger der Wilden. Durchdringender Schuss. Empfindlicher Angriff, das ist Nahkampf. Primitiven Westen. Gefährliches Schütze. Nachleidegeschwindigkeit, nee. Giftschlag. Ne, haben wir ja schon was. Wilder Angriff. Hm. Defensiv. Überlegene Abwehr. Und ja, wir brauchen wir alles nicht. Schneller Läufer. Schuss aus Bewegung. Ja, nehmen wir Schuss aus der Bewegung mal. Damit es da gar nie kiten kann. So, und für Kana. Und für Kana. Auf jeden Fall mehr Athletik. Der kriegt nämlich da immer was auf den Deckel. eine neue Beschwörung der dritten Stufe. Ein Jungdrachen beschwören. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Zwei Ogre beschwören. Das wäre noch besser. Leute wiederbeleben. Äh, nicht ganz so. Frostschaden. Ne, ich bin für die zwei Ogre. Hast du schon Nachladegeschwindigkeit? Sieht danach aus. Durchdringender Schuss wäre nicht schlecht. Anmutiger Rückzug. Beteiligung bei Zurückziehen. Unterstützung. Ja, aber Lest habe ich dir schon gegeben. Gebe ich dir einfach mal durchdringenden Schuss? Ich bin hier. Ich bin hier. Dann gehen wir mal wieder hier raus. Reden als nächstes mit Dorins. Und dann gehen wir den Esther im Wald. Und was musst du jetzt sagen? Ich hatte einige Fragen, die ich dir stellen wollte. Ja, wenn dich zweifeln neu geplagt, dann schlägst du dir die Fingerknöchel an der falschen Tür wund. Ich hatte noch eine andere Vision von dir. Eines der Symbole auf deinem Stab. Es lag im Sterben. Du, und schau dich herausfordernd an. Du siehst viele Dinge, die nicht da sind, Wächterin. Vielleicht stand das Symbol für deinen nachlassenden Verstand und wir sollten uns von ihm verabschieden, solange du noch klar genug bist, um darum zu trauern. Ja, das andere nicht. Du siehst die König. indem du, und schau dich ... auxagerbots!